So, ich nehme mal weiter auf und kurzes Statusupdate. Ich spiele jetzt das Spiel seit gut drei Stunden. Ununterbrochen nehmen auch ununterbrochen auf und es ist vier Uhr morgens, also ist schon ein bisschen länger. So, jetzt wollen wir hier eigentlich mal raus. Hm, da ging es nicht. Kann ja nicht sein, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Oder müssen wir nach unten? Kann ja nicht sein. Wir sind hier auch reingekommen. Von wo waren wir denn reingekommen? Hm, die können wir ja mal mitnehmen. Ah, ich glaube, da ging es raus. Genau. Wie praktisch, dass da immer in einem Auto rumsteht, wenn man irgendwo in verlassenen Gegenden ist. Gut, dann können wir da rüber. Oh, nee, unsichtbare Mauern nennt sich das Teil noch voll zu mäßig. Unusual grafitti hat in der Stadt, und unser eigenes Tech-Expert bei WKZ spekuliert sind QR-Codes Er vermutet, das sind QR-Codes. Das kann man ja eigentlich relativ gleich erkennen. Da sind wir diese Experten, die nichts wissen. Hopp. Irgendwie habe ich zwischen so viele Zivilisten getwittert und trotzdem hat sich mein Ruf immer noch nicht verschlechtert. Na, hat der auch wieder nichts. Nee. Ich glaube, die Szene hier kennen wir eigentlich auch schon aus dem Trailer. Oh, fuck. Ich wechsle immer noch ab und zu die C. Ich glaube, es war C, um sich entdecken zu gehen mit Leertaste. Das ist nicht ganz vorteilhaft, sag ich mal. Ich wechsle immer noch ab und zu den Ruf. Das ist ein Ruf! Was ist das? Ist nicht gut. Was machen die da unten? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich werde weitergehen. Ich habe einen Sniper. Hä? Okay, also als erstes muss es da hin. Also das hier muss auf jeden Fall in alle drei Richtungen. Hmm. So. Oops. So. 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 Helikopterabschaltung. Ne. Das brauche ich nicht. Also ich nehme mal die Dampfleitung. So. 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 Nicht die Polizei rufen. Just so you know, you're off my grid and in the dark. Rossi Fremont. He had such big hopes for this place. All that did was bring the gangs together under one roof. Loyalty to your neighborhood just became loyalty to your housing block. What about everybody else? They got in line, or they got out. I'm gonna take a look around, try and figure out what they've been up to. Stay on your feet, clumsy. Damien's IP points somewhere in there. These guys are running the place like a fortress. They'll never break in alone. Okay. Tap into the network. We can get a working style. Okay. Vielleicht sollte ich nicht ganz ehrlich rein rein. Okay. 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 Ich bin tot. Ich muss mir auf jeden Fall mal eine Sniper irgendwann im Waffengeschäft kaufen. Okay. 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 Here, we can get a look inside. This ain't no job. Freaky, Frank. I ain't seen any of them construction workers come back. Hard hats don't protect nobody from a double barrel. Shit, something he got from soldiers in Liberia. Go into combat with no clothes and show your enemy you got no fear.